Moin moin und willkommen zu World of Tanks hier auf Klippe mal wieder in der russischen Linie und direkt vor mir, da steht der Krawum, hallo. Moin moin, guten Tag. Guten Tag, mit seinem bunten Pazau. Ich mach mal wieder meine Einblende. Oh ja, genau hier. Ich muss mal ganz kurz einen Gruß an den Manni loswerden. Mit dem habe ich nämlich zwei, drei Folgen zusammen aufgenommen. Und kann mich gleich anschließend dann bei Manni entschuldigen, denn bei mir auf dem Rechner sind die Tonspuren leider nichts geworden. Also es war zwar Sound da, der war aber sowas von verzerrt, dass ich den nicht verwenden konnte. Deswegen wird es diese Folgen leider nie geben. Tut mir leid. Ja, schönen großer Manni. Tut mir auch leid. Fremderweise. Ich hab da mal solidarisch einfach mitgefühlt. Ja, das, das finde ich, das finde ich sympathisch. Deswegen mag ich dich aufs Reger. Genau, genau. Weil du, weil du immer so einfühlsam bist. Ja, genau. So empathisch. Ich nehme dich immer in den Arm, wenn du traurig bist, ich weiß. Ich bin nicht traurig. Ja, jetzt nicht mehr. Ich hab dich ja vorhin geknottelt. Schön wär's. Ich muss mir grad mal die Panzerspuren angucken, die du hier hinterlässt. Die sehen ja richtig gut aus. Ja, das liegt an meiner neuen Grafikkarte, dass die Panzerspuren bei dir besser aussehen. Ja, mir fällt das auf, auf dieser Karte sehen die Panzerspuren deutlich besser aus irgendwie. Oh, 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 oh. Okay, jetzt fährt er wieder vor. Lass dich nicht plattfahren von dem Heavy, äh, nee. Da muss ich in der Kiste wirklich Angst haben. Ich hab ja auf dieser Map auch mal wieder gar keine Ahnung, ne? Ah, also normalerweise hier um die Ecke müssten gleich schon welche warten. Ja, aber hier links ist auch noch so ein Abhang, wo man fahren kann. Da hab ich auch keinen Bock, dass da gleich irgendwas hochkommt noch. Äh, hier links? Nein. Hier links ist nur tot im Wasser. Hä? Kann man da nicht noch eine Stufe tiefer fahren? So eine... Äh, nö. Bist du dir da gar nicht auf? Oh. Na gut, na denn. Ach so, so 98% sicher. In KV2 haben wir da. Ups. Kann die Artillerie uns hier sehen, ne? Ich glaube nicht, dass sie hier hinschießen kann. Der ging voll durch ihre Panzerung. Huch. Oh. Da ist hinter mir ein Kumpel hochgegangen, jetzt auch noch vor uns. Ähm. Oh, der T1, äh, der, der, der T1, der M6 ist weg. Mh. Ich, ähm, ich zieh mich mutig zurück. Das ist KV1S. Das ist da Geschichte, genau. Und, äh, ja, da kommen ein paar dicke Dinge um die Ecke. Da hab ich gar nichts davon. Ich hab die immer noch nicht bemerkt. Nein! Viel schlimmer ist, dass ich den Felsen vor mir nicht bemerkt hab. Die kam er ansonsten nicht. Ich konnte den Wagen nicht mehr. Die reparier ich nicht. Meinst du, wir schaffst den noch? Der Motor muss erstmal repariert werden hier. Das dauert viel zu lang. Da repariere ich kein Stück. Das war ja klar. Wir sind ein Team auf debile Player. Hm. Müssen wir wohl sein. Wir verlieren. Er ist tot. Vermutlich, dass er tot ist. Übrigens, ich muss mich ja, ich muss ja nochmal mich entschuldigen, diese Folge. Ich liebe, ja, KVs, ne? KV-Panzer, weißt du? KV 85. Ja, die hast du ganz lieb. Unglaublich. Also sie sind so toll, so tolle Panzer. Ja, kommt jetzt ein bisschen sarkastisch rüber, ne? Ist es auch. E-Enze nur. Hä? Nur ne E-Enze. Eine E-Enze, ja. Eine E-Enze. Also diesen KV hier, dem drücke ich jetzt so die Daumen. Ich muss ja eigentlich mir einen Gegner KV aussuchen. Unser KV ist natürlich wirklich gut. Aber eigentlich magst du doch den KV 1 und KV 2 besonders gerne. Ja. Auf jeden Fall. Ich kaufe mir demnächst einen. Und dann paare ich nur noch den. Gut. Können wir uns darauf ja einstellen. Okay. Bleibt noch die Artie. Hm, die wird das jetzt reißen. Na, ich drücke, gehe zu Artie. Oh, und wieder zurück. Ohne, dass Menschen im Panzer sind, sieht das voll scheiße aus, warum diese Klappen da oben auf sind, ne? Ja, irgendwie, ne, so. Das ist die Zaußen, nach dem Motto, schieß mir doch oben rein. Ich habe nicht mal mitgekriegt, wer jetzt geschossen ist. Es war die feindliche Artie, die ihn erledigt hat. So. So. Teamauswertung. Das ist wegen der Angeber da oben, Jens. Ausführlich aber recht. So. Wenn es euch gefallen hat. Ach, scheiße, das darf ich nicht mehr sagen. Ich würde mich auf ein Wiedersehen, Freund. Bis dann. Tschüss. Tschüss.